Hallo zusammen, ich bin Beria Monalli im zweiten Lehrjahr und arbeite als Detailhandelsfachfrau im Folgladen Mettmerstetten. Heute stelle ich euch meine Tätigkeiten im Alltag vor. Zu meinen Tätigkeiten als Detailhandelsfachfrau gehört unter anderem der Kassenbereich. Dort schätze ich den Kundenkontakt besonders, weil ich dort den Kunden ein Lächelgesicht zauberen. Hier kontrolliere ich das Datum. Denn das ist wichtig, denn unsere Kunden schätzen frische Produkte. Wir sind einer dieser wenigen Folgläden, die noch eine Bedienung hat. Ein Kunde bestellt gerade einen feinen Käse. In diesem Beruf ist der Kundenkontakt und die Teamarbeit sehr wichtig. Und wenn ihr das zusagt, ist das der richtige Beruf für dich. So, jetzt haben wir einen kleinen Einblick erhalten zum Berufsalltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann bewerbt euch jetzt.